Was ist der Unterschied zwischen einem 1-Euro-Motorrad und einem 1-Million-Euro-Motorrad in GTA 5? Wir sind wieder zurück beim Flughafen, Freunde, wo wir einfach die richtig krasse Upgrade-Rampe haben. Wenn wir da durchspinnen, können wir einfach unser Motorrad multiplizieren mit den Euros und dann sollten wir auf jeden Fall nachher ein 1-Million-Euro-Motorrad haben. Und ich glaube, das 1-Euro-Motorrad sollte hier gleich am Start sein, wenn ihr auf den Like-Button drückt, Freunde. Deswegen tut mir den Gefallen. Ihr müsst auf jeden Fall auf den Like-Button draufdrücken. Ich gucke hier schon die... Da! Da ist das, Leute! Ich dachte gerade schon, dass es nicht kommt. Aber danke schön, dass du auf jeden Fall auf den Like-Button gedrückt hast. Ey, das ist einfach das 1-Euro-Motorrad. Und irgendwie sieht das echt mega, mega komisch aus, Leute. Ich weiß nicht, was erwähnen wir hier überhaupt? Ist das Reis oder was machen wir da? Das sieht auf jeden Fall echt sehr, sehr verrückt aus. Wir werden auf jeden Fall später noch hier über diese richtig krasse Rampe fliegen, Leute. Wir sind wieder ein paar weitere Experimente machen, auch hier vorne. Mal schauen. Ey, das ist jetzt 1 Euro und ich muss sagen, dafür, dass es 1 Euro ist, Leute. Geht das eigentlich voll klar? Das ist voll schnell. Ich habe bei dem Ding gar keine KMH-Anzeige. Ich meine, es hat auch gefühlt gar keinen Tachro. No, Leute, okay. Es sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Und es kann auf jeden Fall auch echt gut fahren. Mich interessiert natürlich schon, was wir als nächstes haben für ein Fahrzeug. Und ich glaube, dass wir da ein richtig heftiges bekommen könnten. So, komm schon. Jetzt werden wir ganz kurz upgraden. No, was, Leute? Ey, was? Das ist das 10 Euro Motorrad. Es sieht mal eher aus wie so ein kleiner Mini-Scooter oder sowas. Aber der kann einfach ein Wheelie machen, Leute. Oh mein Gott, ich habe das komplette Känzer nicht zerkratzt. Hä, jetzt ist es nur noch 9 Euro wert? Anscheinend können wir auch sogar die Motorräder beschädigen, Leute. Und dann sind die nachher weniger wert. Okay, warte mal. Ich will mal ganz kurz mit dem Motorrad austesten, ob wir über 15 verschiedene Menschen rüberspringen können, Leute. Und die sind hier auf jeden Fall alle angesammelt. Warten hier auf mich. Und zack! Wow! Oh, jetzt ist es noch 8 Dollar wert. Ich muss aber sagen, Freunde, das Ding geht auf jeden Fall echt mega, mega krass ab. Ich hätte nicht erwartet, dass das Motorrad hier auf jeden Fall so krass unterwegs ist. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, Leute. Und ihr solltet auf jeden Fall auch gespannt sein auf so 1.000 Euro Motorrad. Beziehungsweise eher so 100.000 oder sogar 1.000.000, Freunde. Deswegen, wir gehen durch den Upgrade wieder durch. Wow! Was ist denn das? Hä, Leute? Wir sind einfach auf so einem Papierdrachen, der 100 Dollar wert ist. Okay, das ist auf jeden Fall echt nicht schlecht, Leute. Aber der... Hä? Was ist das für ein Motorrad, Leute? Yo! Hey, wir sind einfach auf so einem Drachen drauf. Ich kann das doch gar nicht kontrollieren. Der fährt einfach von alleine, Leute. Ich drücke einfach hier gar keine Knöpfe. Ich meine, Leute, ich habe meine Hände hier. Und er fliegt aber die ganze Zeit links und rechts. Und keine Ahnung, was er die ganze Zeit macht. Ey, wo fliegt er mich jetzt hier hin, Leute? Ich will von diesem komischen Motorrad runter. Das ist ja nur 100 Dollar wert. Ey, okay, warte mal. Oh, aua. Ey, was soll? Wo fliegt er mich hin, Leute? Hä? Jo, warum ist das so schnell? Hä? Okay, also, das muss sagen, das 100 Dollar Motorrad ist echt richtig, richtig krass unterwegs. Kannst du mich jetzt hier wieder zurück für Dingsen? Mach mich wieder zurück. Ich will durch den Upgrader durch. Und ich glaube, er hört irgendwie auf mich oder so, Leute, ne? Ich glaube, er fliegt mich wieder durch den Upgrader. Ey, nicht so schnell, Kollege, nicht so schnell. Hey, ey, was, Leute? Was ist denn jetzt los? Hä? Ich bin hier in dem, oh mein Gott, in dem 500 Dollar Motorrad. Ähm. Sieht mal auf jeden Fall echt ganz, ganz verrückt aus, Leute. Ich meine, was soll denn das jetzt hier sein? Ich werde trotzdem mal auf jeden Fall probieren, jetzt hier mit dem so ein paar Tricks zu machen, Leute. Und zwar, ich will unbedingt mit diesen Motorrädern hier oben auf diese schwarze Rampe rauf, Freunde. Und jetzt hier auf jeden Fall mit Vollspeed. Yeah! Oha! Hä? Warum fliege ich mit dem Teil so hoch? Ich kann es aber nicht wirklich kontrollieren, Freunde, ne? Also, ich werde mir gerade... Ey, es dreht... Was geht hier ab, Leute? Was ist das für ein komisches Ding? Aua! Okay, ich muss auf jeden Fall sagen, die ganzen Motorräder waren bis jetzt echt sehr, sehr komisch, Leute. Ich sehe sogar, dass ich das hier irgendwie so... Seht ihr den Pfeil, Leute? Müsst ihr genau in dem Moment auf den Auge-Button drücken? Oder warum? Passiert ihr aber so mit dem Pfeil? Ich würde sagen, ich fahre mit dem Teil auf jeden Fall hier mal ein bisschen rum, Freunde. Hohoho! Ey, was ist das hier für ein Ding, Leute? Das ist halt übertrieben heftig. Oh, okay, warte mal. Wenn ich jetzt hier mal überlege, kann ich vielleicht sogar hier vorne schon auf die Strecke gehen, wo wir... Oh, nein! Kann es auch im Wasser fahren? Es kann... Nicht im Wasser fahren, Leute. Oh, das ist ein U-Boot. Franklin! Ich glaube, es ist ein U-Boot, Leute. Vielleicht kann er das Teil auf jeden Fall auf die schwarze Rampe rauf, Freunde. Das wäre in dem Fall echt mega, mega cool. Deswegen geht es hier schön mit Vollspeed, Freunde. Yeah! Wow! Okay, nochmal jetzt hier, Leute. Und komm schon, Backflip. Doppel-Backflip. Ey, Leute, wie viele Backflips kann... Komm bitte rauf jetzt hier. Diesmal eben, du bist eben nicht raufgekommen. Und es geht nicht rauf. Okay. Problem, Leute, ich würde sagen, wir upgraden auf jeden Fall jetzt hier wieder unser Motorrad. Vielleicht schaffen wir das nächste Motorrad mit ein bisschen mehr Kontrolle in der Luft auf den schwarzen Block, Freunde. Jetzt hier durch den Upgrader! Oh, was ist das, Leute? Warum ist das Kennzeichen an der Seite? Und warum sehe ich jetzt hier auf einmal eine kmh-Anzeige? Ich glaube, wir müssten hier mit dem Teil, glaube ich, eine Geschwindigkeitskontrolle machen oder so, Leute. Ey, das ist einfach 1000 Dollar wert. Okay, so wen fand ich schlecht? Deswegen mal gucken. Oh mein Gott, wir sind direkt schon bei 150 kmh gewesen, ne? Lassen wir hier vorne auf die Teststrecke gehen und mal abchecken, wie schnell dieses Motorrad nämlich hier ist. Das ist, glaube ich, nämlich richtig, richtig krass unterwegs, Freunde. Das soll jetzt hier ganz kurz vorsichtig... So. Und Achtung! Wir testen es aus. Drei, zwei, eins und bam! Und muss ich Wheelie machen? Oha. Ich kann einfach Wheelie... Leute, das ist einfach eine Yacht. Okay, was soll ich machen jetzt hier Wheelie? Das ist ja noch eine Yacht. Und noch eine. So, mal gucken. Oh, nach vorne lehnen ist besser, Leute. 200 kmh? Was? 250? Oh, kann man die 300 knacken? Die 300 kmh sind auch geknackt. Ich muss sagen, echt ein krasses Motorrad für 1000 Dollar. Kann man... Also, wie schnell ist denn das? 350 kmh? Ey, da kann man auf jeden Fall nicht meckern, Freunde. Deswegen, wir fahren mal ganz kurz... Oh, wieder zurück. Und upgraden wir direkt zum nächsten Mal. Ich bin natürlich gespannt, welches Motorrad das 10.000 oder 5.000 oder so sein wird. Und vorsichtig hier die Rampe runter. Ja, kein Problem. Kann ich hier sogar vielleicht mit Wheelie noch... Oh Gott. Ich kann hier nicht mehr mit Wheelie nach oben, oder? Kann ich hier noch irgendwo raus? Hallo? Ich muss raus. Nein! Okay, doch. Wir haben es geschafft. So, dann fahren wir jetzt hier zum Upgrader, Freunde. Oh, ich bin jetzt so gespannt, was wir jetzt nächstes für ein krasses Motorrad bekommen können. So, Achtung. Jetzt hier ein bisschen mit Fullspeed. Und durch den Upgrader! Ja, hä? Was ist denn das, Leute? Das sieht aus wie so ein Dreirad oder so, ne? Ey, mir fällt gerade auf, ich hätte, glaube ich, mal eben mit dem Eimotorrad eben hier so ein paar Tests machen sollen. Das habe ich gar nicht gemacht. Ich habe nur die Geschwindigkeit getestet. Okay, ich will mal ganz kurz gucken. Weil Franklin lädt sich hier voll, Leute. Richtig toll in die Seite rein. Oh mein Gott. Ich kann sogar hier runterhauen mit meiner Banane, Freunde. Okay, mal gucken. Kann ich hier mit dem Ding einen krassen Looping erst mal machen? Ist jetzt die Frage... Okay. Okay, er macht schon ein bisschen krass Looping gerade. Doppel-Backflip jetzt vielleicht auch noch? Okay. Und... Oh, doch, ist aber stabiler. Da wird es ja noch ein Rad mehr haben. Kann das aber vielleicht auf die schwarze Rampe rauf, Freunde. Das wäre auf jeden Fall echt mega interessant. Also das ist jetzt nämlich gerade die, wie man sehen kann... Das habe ich jetzt gerade noch nicht gesagt. Aber das sieht man ja. Das 5.000 Dollar Motorrad, Freunde. Und kann es auf den schwarzen Block rauf. Und es fliegt rüber. Also es kann auch noch nicht oben auf den schwarzen Block rauf, Freunde. Aber kein Problem, Freunde. Wir haben ja noch ganz, ganz viele Motorräder vor uns. Bis da zum 1.000.000 Euro Motorrad kommen. Und die werden sie auf jeden Fall in sich haben. Deswegen, ich will die direkt sehen. Wir gehen jetzt hier direkt wieder durch den Upgrade durch. Let's go! Was? Leute, hä? Das ist hier einfach das 25.000 Dollar Motorrad. Ey, das sieht ja echt richtig crazy aus. Guck mal, wie können wir mit dem Teil einfach fliegen? Hä? So, guck mal hier. Auch die Geschwindigkeit, Leute. Die wird schon wieder angezeigt. Einfach 200 Dollar dran kommen mit kmh. Kann ich auch hier irgendwie irgendwas Krasses machen oder so? Nee. Ich kann schnell. Obwohl, es fliegt aber nicht so schnell wie der eine Drache für 100 Dollar. Also der Drache, Leute, war bis jetzt eigentlich fast am heftigsten. Ist auch irgendwie gar kein Sound. Was mir echt sehr verwirrend ist. Aber kein Problem jetzt hier. Guck mal, ich kann ein bisschen so hier machen. So, vorsichtig. Und... Ah, komm schon. Nee. Okay, geht leider nicht. Okay, ich würde sagen, Freunde, wir fliegen jetzt hier mit dem Teil wieder zurück durch den Upgrade, weil ich glaube, dass wir mit dem Teil jetzt nicht wirklich viel machen können. Es sieht zwar cool aus. Mal gucken, ob wir auf den Straßenblock drauf kommen. Wenn wir das denn natürlich machen können, wäre natürlich nicht schlecht. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Hä? Als ob das Boosting ganz einfach abbremst, Leute. So, jetzt zieh auf das Schwarze rauf. Hä? Wow. Hä? Ich fliege einfach rückwärts, Freunde. Ich bin einfach auf dem Kopf drauf. Was geht denn jetzt hier ab? Oh, nein. Nein. Oh, 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 oh. Okay, irgendwas stimmt auf jeden Fall nicht. Ich glaube, wir müssen mal ganz schnell jetzt hier durch den Upgrader durch, Freunde. Das ist auf jeden Fall gerade nicht geheuer. Let's go durch den Upgrader. Oh, was? Leute, hä? Was ist denn jetzt das hier? Ist das das Badmobil? Oder das Badbike, ne? Aber kann das nicht, glaube ich, so einen richtig krassen Wheelie machen? Äh. Äh. Oh. 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 Warte mal. Ich habe doch Waffen vorne dran, oder nicht? Warte. Kann das... Was? Ich habe ein Maschinengewehr. Oh. Yo. Sag nicht, ich kann damit jetzt auch hier einfach so... Oha, Leute. Das Motor ist ja... Warte mal. Das ist ja voll krass unterwegs. Kann ich hier auch ganz schnell so rüber? Hui. Was? Ey, okay, ich glaube, es ist mega, mega schnell. Wir müssen es auf jeden Fall einfach... Warte mal, kann ich hier einfach... Ich muss da hoch... Ah, guck mal. Ich kann einfach... Da, wo ich hingucke, schießt es hin. Was? Das heißt, ich könnte es sowieso auf den Container... Oder auf den. Es schießt sogar seitlich. Ey, was ist das für ein krasses Motorrad, Freunde? Okay, ich würde sagen, wir testen es mal ganz kurz hier. Oh Gott, da ist da jemand. War das gerade jemand? Hä, warum steht hier einfach so das Flughafenauto hier am Start? Okay, ganz, ganz komisch. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal ganz kurz hier mit dem Teil auf die richtige Schnelligkeitsrampe, weil wir natürlich testen wollen, wie schnell das Teil jetzt hier gerade ist, Leute. Schau, bremst auf jeden Fall nicht ins Wasser. Bremst! Zum Glück ist das Weltmobil wasserdicht, Freunde. So, dann... Ey, sag mal, es hat aber echt richtig schlecht Traktion, ne? Gut, es hat noch... Obwohl es so breite Reifen hat, ne? So, dann, Leute, wir stehen immer bereit. Wir drücken jetzt hier Vollgas und zack! Können wir nach vorne legen, Leute? Oh mein Gott! Alter, wie lehnt der sich Franklin? Was machst du denn da? Wie weit lehnt der sich denn da vorne? Aber es scheint anscheinend was zu wirken, Leute. 300, 350. Mal gucken, wie schnell kann es noch gehen? 370. Ich glaube nicht, dass das Ding 400 schaffen kann, ne? Aber 400, äh... Ne, ist 380, das ist auf jeden Fall Höchsttempo. Kein Problem, Freunde. Badmobil ist auf jeden Fall von der Geschwindigkeit echt krass am Start. Aber ob das auch auf dem schwarzen Block draufkommt, werden wir jetzt sehen. Einmal hier bitteschön mit Vollspeed drüber, Freunde. Oh, Mann, wo geht das denn hier nicht? Ja, hier, die Ecke lässt mir auf jeden Fall nicht im Stich, Freunde. Guck mal, zack, zack, zack. Ich kann einfach überall hinschießen, wo ich möchte. Das ist total OP, das Motorrad. Also für 100.000 Dollar kommen wir auf jeden Fall da nicht meckern. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier durch den... Ah, Prank. Wir wollen nämlich erst ab, äh, den Gänzen hier, Leute. Durch, äh, abchecken, ob er schon auf den schwarzen Block drauf kann. Also, wie gesagt, ne 100.000 Dollar für das Badmobil. Uuuuh. Oh mein Gott. Aber wir bouncen auch irgendwie ab, ne? Kann ich da so ein bisschen in die Richtung gleiten, Leute? So ein kleines, äh, bisschen klein, aber fein. Und jetzt hier nochmal auf die Rampe zurück. Ja gut, okay. Es kann auch nicht auf den schwarzen Block. Ich glaube, es kann nachher wirklich nur das 1 Million Euro Motorrad. Deswegen düsen wir mal ganz kurz wieder zurück, Leute. Durch den Upgrader. Durch. Ja, was? Hä? Hä? Leute. Okay, das Motorrad ist 250.000 Dollar wert. Aber warum fährt der Vordereifen die ganze Zeit? Ich verstehe das nicht, Leute. Was ist das bitte für ein Motorrad? Es kann irgendwie voll schnell fahren. Frängeln ist die ganze Zeit so geduckt. Aber, oh mein Gott, wir fahren 300, Leute. Oder fliegen wir? Wir fliegen ja eigentlich, ne? Oder hapert das Ding. Was passiert, wenn wir jetzt hier so... Hä? Hä? Also, das sieht irgendwie alles, äh, gerade echt sehr, sehr komisch aus hier mit dem Ding. Äh, was ist, wenn wir mal hier mitprobieren, auf die schwarze Rampe rauf zu gehen? Ich glaube, dann, äh, wird das Motorrad wahrscheinlich hier komplett durch drin. Also, das ist einfach 250.000 Dollar wert, Leute. Ähm, okay. Ich glaube, ich mache nochmal einen zweiten Versuch. So, jetzt hier aber kein Problem. Ne. Ey, das Motorrad ist sogar schon am Qualm. Hä? Das Qualm, wovon denn? Wovon qualmt denn das jetzt schon, Leute? Wenn ich jetzt damit voll in die Wand fahre, was soll denn dann passieren? Es brennt. Es brennt, Leute. Schnell durch den Upgrader. Schnell. Oh mein Gott, schnell durch den Upgrader. Los. Oh mein Gott. Okay, wir haben auf jeden Fall aufgehört zu brennen. Aber, was ist das? Bitteschön. Guck mal, wie Frank da durchguckt. Soll er sein Gesicht reinmachen, Leute. Damit man quasi losfliegen kann, ne? Die haben erstmal, ich sehe auch nochmal ganz kurz, glaube ich, ein paar, ja, richtig fette... Ihr habt gesehen, wie schnell das war, Leute? Ich meine, für 500.000 Dollar? Hä? Warte mal, ich muss nochmal ganz was abchecken jetzt hier. So, ich kann damit auf den Boden fahren? Oder was kann ich damit machen? Keine Ahnung. Ich habe gerade geboostet, aber jetzt boostet der nicht mehr, Freunde. Also, warum ich jetzt gerade so schnell war? Ihr habt es ja, glaube ich, gerade eben gesehen. Ich glaube, wir waren ja fast 500 kmh, ne? Das ist auf jeden Fall echt ein, äh, sehr, sehr krasses Motorrad, was vielleicht... Oh Gott, Alter, guck mal, wie das fliegen kann, Freunde. Kann ich damit vielleicht auch rückwärts fliegen? Das würde mich, glaube ich, am meisten interessieren. Weil das wird... Oh! Oh! Leute, wir fliegen rückwärts! Hey! Oh, oh! Oh nein, das könnte echt böse enden jetzt, Leute. Wir fliegen einfach... Warte, was passiert, wenn ich jetzt einen Backflip mache? Hui! Nee, man kann nämlich eigentlich gar nicht rückwärts fliegen, Freunde. Okay, ich würde sagen, ich habe mich, äh, lang genug auf die Folter gespannen. Hier, check jetzt erstmal ganz kurz hier, äh, die 500 krasse Kubikmeter, äh, Block schwarz. Mann, ey, der geht gar nicht, Freunde. Mann, ey. Komm, weißt du was? Wir fahren jetzt einfach wieder durch den Upgrade, durch mit dem... Ding, ding, oh! Was ist das, Freunde? Es ist das eine Million Euro Motorrad, beziehungsweise Dollar oder Euro. Was, Freunde? Oh mein... Wie, was kann das alles so? Kann ich, wenn ich jetzt so rechts gehe, Leute, kann ich einfach jetzt hier so den Move machen. Freunde, warte mal. Dass ich jetzt nur ganz kurz angucken, das sieht ja richtig crazy aus. Eine Million Euro wert und einfach keinen Fahrradständer hier am Start, oder was? Okay, ich muss jetzt sagen, Leute, wir testen auf jeden Fall jetzt nicht mal aus. Hat das ja auch hinten... Können wir damit boosten? Oh, Freunde, yo! Wir können wir auf jeden Fall auch boosten. Ey, das sieht echt richtig wild aus, ne? Wie das hier so rumfliegen kann. Ich glaube, äh... Yeah! Ey, was ist das für ein krasses Motorrad, Freunde? Okay, warte mal. Kann ich jetzt hier mit dem Ding vielleicht hochfahren? Oh, oh, oh. Das war jetzt ganz clean. Ich glaube, damit sollten wir auf die schwarze Rampe raufkommen. Hat das hier irgendwie so eine Geschwindigkeitsbegrenzung? Oh Gott. Mein Game hat ganz kurz gelegt. Ich glaube, es hat aber so eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Bei so 300 kmh. Mal schauen, ob wir es hier schaffen. Auf, äh... Den schwarzen Block raufzukommen, Leute. Mit dem 1-Million-Euro-Motorrad. Und... 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 Ja! Oh mein Gott, wir waren gerade drauf, Freunde. Ja! Guck mal! Das Ding hat es einfach geschafft. Wir sind auf dem schwarzen Block drauf. Yo! Ey, das ist ja so cool, Freunde. Ohne Spaß. Wenn ihr auf jeden Fall von euch merken möchtet, dann stellt euch auf jeden Fall noch die andere Folge aus, wo wir 1-Euro-Auto zu 1-Million-Euro-Auto geupgradet haben. Und auch die ganzen anderen Folgen. Lass gerne ein Like und ein Abo da. Und jetzt viel Spaß mit den Videos. Ciao, ciao! Ciao, ciao!